Tischtennis in Schwabach, ein Freundschaftsspiel zur Einstimmung auf die kommende Saison 2019-2020 zwischen dem TV-58 Schwabach und dem C2B Unter-Aspach, hier vertreten wird der Nummer 1 der Unter-Aspacher Ferdinand Kissingen. Alle Videos auch zu diesen Freundschaftsspielern zu finden auf YouTube, Reinhard Steinbrecher, Suchwort Schwabach gegen Unter-Aspach am heutigen Samstag, 17. August 2019. Stopp! 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 Hier mal den Kumpel auf den Kumpel. Vielen Dank. 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 Nice. 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 Das Video leider, denn aus technischen Gründen muss ich an den Tisch nebenan gehen.